Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Filmcheck und zwar zu dem Film Jumanji. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute wieder Filmcheck und zwar zu Jumanji. Ich war gestern im Kino, habe mich wirklich sehr auf den Film gefreut. Und ja, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen ausholen, um das ein bisschen zu erklären, wieso meine Wertung jetzt so ausfällt. Und sagen wir mal so, man darf diesen Jumanji nicht mit dem alten Jumanji vergleichen mit Robin Williams, sondern man sollte ihn eigenständig bewerten. Ja, wir haben eigentlich nur das Spiel, diesen Namen aus diesem alten Film. Sonst hat er damit gar nichts zu tun. Und ja, würde ich sagen, man muss den als einzelnen Film sehen. Ja, das darf man nicht vergleichen. Und bei mir ist noch so, ich habe mir die Trailer angeguckt, fand ich lustig. Habe gedacht, das ist jetzt, ich habe jetzt da nichts erwartet groß, dass es mich jetzt hier, ja, in meine Top-Ten-Liste irgendwie mit reinrutscht irgendwie, dass der Film jetzt hier absolut grandios ist, dass ich da noch Monate drüber reden werde. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber ich habe gedacht, das wird ein kurzweiliger Spaß. Der Film geht ja fast, ja, knapp zwei Stunden. Habe ich, da sind so zwei Stunden, da hast du mal Hören ausschalten, siehst die Effekte, sahen dir in den Trailer schon gut aus, hast einen Film, der gut gemacht ist. Du hast The Rock, der eigentlich immer sehr gut ist. Du hast einen Kevin Hart, der witzig ist. Du hast Jack Black, ja, der sowieso geil ist. In einem Film, das kann eigentlich nur, du hast zwei Stunden Spaß, glaube ich. Du wirst dann nach dem Film vielleicht wieder vergessen, aber du würdest zwei Stunden Spaß haben. So bin ich an diesen Film rangegangen, bin dann halt ins Kino und ja, was soll ich sagen? Es war eine herbe Enttäuschung, sagen wir es mal gleich vorweg. Kommen wir mal erst zu den positiven Sachen. Wollen wir nicht gleich mit etwas Negatives beginnen? Der Film hat auch ein paar positive Sachen und ich finde, das Ganze, wie sie es gemacht haben, sie haben ja das sozusagen, das ist ja früher war es ein Brettspiel gewesen, jetzt verwandelt es sich ja, sage ich mal, in ein Videospiel und ich finde, das haben sie ziemlich gut gemacht, diesen Wechsel zum Beispiel so mit diesen Avataren. Wir sind ja, wir haben hier vier Leute, die halt in der richtigen Welt sind und sagen wir mal, ist ja jetzt auch kein Spoiler, sieht man ja auch im Trailer, sie werden in das Videospiel gesaugt und sind dann halt ihre Avatare. Ja, das ist ja dann The Rock halt, Jack Black, Kevin Hart und noch hier, wie heißt sie, Karen Gillian oder so, verdammt heiß ist übrigens, sind sie ja dann ihre Avatare. Also sie sind in den anderen Körpern und das haben sie wirklich sehr gut gemacht, dieses mit diesem Videospiel, oh, wir sind jetzt hier im nächsten Level, diese ganzen Anspielungen mit ihrem Leben, dass sie drei Leben bloß haben, danach ist Game Over. Das finde ich alles wirklich sehr, sehr gut gemacht. Der ist auch von der Technik her sehr, sehr gut. Ich habe ihn sogar in 3D gesehen, weil bei uns die 2D-Vorstellung irgendwie 13 Uhr lief und da hatte ich keine Lust gehabt. Und darum habe ich ihn auch in 3D gesehen und muss auch sagen, dass das 3D jetzt wirklich gut war. Ja, also fand ich jetzt wirklich gut, muss ich, ja, ich bin ja kein Freund von 3D, aber war hier auch wirklich gut, das 3D, muss man schon sagen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Man muss Jack Black noch hervorheben. Jack Black war wirklich wieder sehr gut in seiner Rolle. Er hatte auch die richtigen Gags, die wirklich gezündet haben bei mir, wo ich wirklich gelacht habe manchmal. Die hat alle Jack Black bei sich auf der Seite und aber alles andere. Also ich will es mal so sagen. Der Film, wie gesagt, von Technik her alles gut, aber ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe für diesen Film. Der Film ist, glaube ich, für eine sehr, sehr junge Zielgruppe zugeschnitten. Das merkt man an den Witzen. Ich würde sagen so zwischen 6 und 12 Jahre oder 6 bis 15 so in diesem Dreh für dieses junge Publikum ist ja, glaube ich, zugeschnitten. Das merkt man. Komischerweise ist der Film ab 12. Ja, aber bei uns, glaube ich, am Kino stand dran, 6-Serie mit Begleitung der Eltern dürfen auch rein. Von daher, wie gesagt, der Film ist wirklich auf ein sehr, sehr junges Publikum zugeschnitten. Und ja, ich saß dort im Kino und konnte nicht lachen. Also bei mir haben die Gags, wie gesagt, ich bin ja, was Gags angeht, nicht anspruchsvoll. Ich habe mir gestern auch noch Dirty Grandpa angeguckt auf Arbeit, hat man den geguckt, schön auf der Leinwand. Und ich kannte den schon, aber ich konnte mich da wegschmeißen vor Lachen. Ja, diese geilen Gags. Worte Niro dort richtig geil. Ja, aber um den Film soll es jetzt nicht gehen. Aber was ich damit andeuten will, ich muss jetzt keine intelligenten Gags oder sowas haben. Ich lache auch eigentlich über jeden Scheiß. Aber bei Jumanji, ich konnte die Gags haben bei mir, sagen wir es mal, nicht gezündet. Jack Black hat ein paar gute gehabt. Aber The Rock, Kevin Hart, das war, es war, wie gesagt, nicht auf mich zugeschnitten. Nicht auf meinem Alter. Es war einfach für ein junges Publikum. Und ich würde sagen, normalerweise ist das eine 3 von 5 eigentlich. Der Film hat jetzt nicht viel falsch gemacht, aber auch nicht viel richtig. Aber weil ich doch ein bisschen enttäuscht war und eigentlich gedacht habe, dass dieses Gespann eine gute Mischung ist, um wirklich gute Gags abzufeuern, kann ich dem Film leider bloß eine 2 von 5 geben. Weil ich war da wirklich doch sehr enttäuscht. Ich muss auch sagen, ich hatte einfach was anderes erwartet. Die Jüngeren, die alle dort waren im Kino, die haben auch alle gelacht, wo ich so eine Sache, wo ich manchmal so ein bisschen schmunzeln konnte, da haben die sich halt totgelacht. Ich weiß nicht. Also ich würde jeden, der älter ist als 12, nein, würde ich davon abraten, ins Kino zu gehen. Schaut euch den später dann vielleicht auf Blu-ray an. Und ja, wenn ihr jünger seid oder irgendwelche jüngeren Kinder noch bei euch habt oder so, dann geht da mit denen rein. Für die ist das was auf jeden Fall. Aber alle anderen kann ich nur abraten von diesem Film. Ja, wenn ihr ihn gesehen habt oder irgendwas anderes, schreibt mir auch in den Comments. Wir können gerne nochmal drüber diskutieren. Und in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.